Hey Jim, ich brauche mal einen Rat von dir. Du weißt ja, dass Corona mich schon lange echt annervt. Aber dennoch versuche ich mich an aller Regeln zu halten. Mein Opa wohnt halt auch bei mir im Haus und ich will ihn nicht gefährden. Deshalb gehe ich eigentlich nur noch zum Einkaufen raus und treffe ab und zu meine beste Freundin. Und nun habe ich erfahren, dass sie heimlich auf einer Party gewesen ist und es mir verschwiegen hat. Ich meine, ist ihr denn eigentlich bewusst, wie gefährlich das zurzeit ist? Und dass sie so zum Superspreader werden kann? Andererseits weiß ich auch, dass sie einfach ihre Freunde braucht. Sie ist nun mal ein sehr geselliger Mensch und zurzeit ziemlich einsam. Sie hat es mir vermutlich nicht erzählt, weil sie nicht wollte, dass wir streiten. Ich will einfach nicht, dass Corona uns alle auseinander treibt. Aber wie soll ich denn jetzt mit ihr umgehen? Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Soll ich jetzt das eine Minute sehen, was ich mache. Soll ich mich ein bisschen mit dir. Ich kann mich auch nicht wissen, wie ich hier im Haus noch ein Bewusstsein. Und ich kann mich einfach nicht verstehen. Ich kann mich etwas nehmen, wenn ich sie schon hier erleben. Jetzt kann mich aber für mich aufhören. Ich kann mich nicht hören, wenn ich mich ansigh. Ich kann mich das annehmen. Ich kann mich nicht hören. Ich kann mich nicht lernen. Ich kann mich nicht lernen.